Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part von Titan Quest Multiplayer. Let's play mit mir und den Werten Professor und Doktor Fischi und den beiden Dodgers. Wir sind aus der Hölle gekommen übrigens. Jo, ist mir auch gerade aufgefallen. Hallo Freunde auch von mir. Wir haben in der Zwischenzeit eine Aufnahmepause hinter uns. Der Server ist ein bisschen... Der Server ist super und das weißt du auch. Ja. Wir haben ja in letzter Zeit ziemlich viel Mince Raft aufgenommen. Ziemlich viel, mehr als jeder andere. Ja also... Ähm, wenn wir das hier hochladen ist Dienstag oder? Ja, nein Mittwoch. Ne Dienstag, Mittwochzeit. Ja doch stimmt, Dienstag. Ja also wir haben jetzt den Donnerstag vorher... Nein, was gerade labere ich denn? Samstag vorher. Und ja... Und du hast kalt. Wir haben gerade eine Fahrstunde hinter uns und... Wir sind, naja... Okay gefahren. Wir sind richtig gut gefahren ey. Mit 240 auf der Autobahn. Vor allem du. Wie sagst du eigentlich, fuck wie schnell ich fahre? Meine Ahnung ist auch schneller aus der Quest übrigens. Es war ja auch 185. Wirklich? Ja. Und du sagst 160. Ja. Er hat schon so komisch geguckt. Bei 120. War wir in der Hülle schon drin eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass wir das ganze Gebiet hier schon erkundet haben. Waren wir drin? Ja, die Hülle ist fertig. Da hätten nichts nur raus in diesen Limos, wo sie drei Limos unterstanden. Ich hab die Kokodi-Mensch auch noch hier in meiner Part-Beschreibung erwähnt. Dass die uns nicht freundlich gesinnt waren, nachdem wir sie gefunden haben. Achso, ja. Ich mach ja nicht so ne richtige Part-Beschreibung wie Freddy. Ich hab so schon viel zu wenig Zeit. Ja genau zu wenig Zeit. Den ganzen Tag noch Minecraft zocken. Nichts tun in der Arbeit. Ich arbeite nicht oder so. Nein, das wollte er. Was machst du denn da? Setz dich da hin, trinkst einen Kaffee und dann ist wieder Feierabend. Genau. So wie du. Achja. Dann nehmen wir jetzt die Quest an, laufen wir nochmal weiter. Und ja. Jo, ich warte nochmal kurz auf ihn hier. So zack. Bam. Also wir sind schon hübsch. Ja, schon. Ähm, Moment mal, kurz Aufnahmepause. Man hört von Kamelen, die am Morgen sind. Genau, den Part noch fertig und dann geh ich kurz zu essen. Ja, gut gemacht. Sag halt nicht, dass du weitermachst. Ach, du hast auch die Aufnahmepause gehabt? Ja. Achso, okay. Du sagst Aufnahmepause hast, dann denk ich mir so, äh, schnelle Aufnahme, also dass wir beide Aufnahmepause machen. Sorry, ich glaub du hast beide aufgenommen. Und Dünnräuber. Die übertrieben schwach sind. Ein Schlag. Ich glaub wir, wir sind immer noch überlevelt. Naja, drei Level über dem, normalerweise ist alles drei Level über uns. Sogar vier Level hier. Nein, wir sind sogar... Okay, hier, der ist jetzt zum Beispiel ein Level über uns, aber natürlich trotzdem übertrieben. Ja, irgendwie sind die nicht wirklich stark. Ägypten halt, ne? Man weiß schon, warum die Pharaonen ausgestorben sind. Ja. Wir sind nicht ausgestorben. Die Pharaonen sind schon ausgestorben. Nein, die gibt's immer noch. Nein. Die Mumie gibt's immer noch, das heißt, es gibt auch ne Pharaonen. Keine Heilung, YOLO. Oh, riecht aber schon richtig gut. Ich weiß noch nicht, was ist zu essen natürlich. Ja, ich mach mir mal Rührei oder so, weil ich kann überhaupt irgendwas richtiges. Was? Man ist so richtig gutes Rührei wie bei Ikea. Ne. Besseres. Mit 30 Gramm Salz. Ich hab ja noch Salz mit der Jacke von Ikea geklaut. Was ist da oben? Gibt's da was Besonderes? Meine Maus hängt übrigens immer noch, weil ich immer noch die gleiche Scheißmaus hab. Meine Maus läuft ganz normal, weil ich immer noch die gleiche Gute hab. Welcher hast du jetzt eigentlich, die... G700. Ah, die G700. Welcher hat Kirschi? Die G500S? G500, ne die S hat sein, ich hat nix S. Du hast die S, ne? Du hast die Tastatur in S. Ja, ich hab die Tastatur in Headset in S. Ne, dein Herz hat was überhaupt nicht verdreht ist. Nicht mehr dank dir. Ja, nicht mehr dank mir. Ich erinnere mich irgendwie an die Tuskenräuber aus Star Wars. Ja, wir haben ein bisschen was von den auf dem Wüstenplaneten. Wüstenplaneten, Aka Ägypten. Ja. Ja. Merkst du selber? Ja. Glaubst du sie sind eigentlich freundlich, wenn hier nicht diese komischen Meteoriten eingeschlagen wären? Alles ist angeblich freundlicher gewesen. Ich würde so natürlich trotzdem über den Weg trauen, die Missgeburten. Oder Centauern oder Spinnen. Ja, Centauern sind chillig, es gibt doch nen Edelcentauer. Ja, den hat man in meinem Einzelspieler-Part von letztem Freitag gesehen. Aka gestern. Ich kriege ihn. Ich muss demnächst auch nochmal stattgehen shoppen. Was willst du shoppen gehen? Alles fair shoppen. Ach so. Okay. Ich dachte, der ist Relief nicht so. Also im Geben nicht Relief. Ja, Relief muss ich auch noch stattgehen. Ich muss noch neuesten Hetze für mein Handy holen. Ich hab auch schon keines mehr. Ja, bei mir war es da, also nach dem letzten Apfelsaftabend bei dir, ging mein linker Kopfhörer nicht mehr. Und dann am Tag danach ging mein rechter auch nicht mehr. Ja, ich höre inzwischen einfach über Dingens. Über ein normales Headset. Also nicht über Headset, sondern über normale Kopfhörer. Was für ein Kopfhörer? Ich hab mir Philips Kopfhörer gekauft. Und natürlich sind das nicht die einzigen Kopfhörer im Marken, die es gibt. Ist der großen Kopfhörer? Ja, ne. Die sind noch gar nicht übertrieben feier. Ich hasse Beats. Die sehen so beschissen aus, nur wegen dem drickigen B auf der Seite. Ja, und der kostet gleich 200 Euro mehr. Gott, die sind so gottenhässlich. Weil die sind, die haben auch nicht, also die Preisleistung, die echt scheiße, weil... Einen guten Klang haben sie jetzt nicht. Also, ne, deren Klang ist jetzt nicht schlecht, aber er ist auch nicht so, dass man sagt, wow, dafür gebe ich gerne 1000 Millionen Euro aus. Ja, ich wollte mir eigentlich Bose Kopfhörer kaufen, halt auch so Aufsatz-Kopfhörer. Aber die haben irgendwie 250 Euro gekostet und hab ich mir so gedacht... So viel kriegst du auch wie ich's. Ja, aber die Bose Kopfhörer haben vernünftigen Klang. Ich meine, sie sind von Bose. Alter, Bose, bestes Soundsystem neben Teufel. Ja, kann man machen. Was ist noch die Teufelanlage, die Kirsche sich nie im Leben leisten können? Ja, ne, weiß ich nicht. Die von 9000 Euro dauert? Doch. Du brauchst mehr Energie. Oh, der Kirsch mit seinem Traumauto. Ja, ich musste lachen, als ich das gesehen hab. Da ist liegt was für dich. Wie sollte ich ihn davon wirklich verprügeln? Minecraft, machen wir das. Ja, okay, das hab ich ja schon in den letzten Parts gemacht. Als ich ihn nicht aufgenommen hab, hab ich ihn einfach nur die ganze Zeit geärgert. Ja, das hab ich aufgenommen und ein Speed-Part, den ich nochmal bearbeiten muss. Man sieht's zwischendurch, wenn ich auf meinem Dach stehe und einfach so zu euch gucke und dann... sieht man nur so ein Speed, bam, 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 bam. Das sieht in Speed alles richtig lustig aus. Nur zwei Gift-Säcke? Ich hab schon wieder drei Gift-Säcke. Ich hab den ganzen Scheiß ja in 500-fachem Speed abgespielt. Nein, in 5-fachem Speed, sorry. Und das ist echt lustig. Also wie ich Clayfarm ist schon ziemlich interessant. Ist so... Moment mal, wo müssen wir eigentlich weiter? Weiß ich nicht. Ich hab mich verlaufen. Wir können jetzt noch nach links oben. Nein. Doch, also nach oben sozusagen. Da ist ne Brücke. Ja. Und ich... ach so. Ist doch für mich auch so auf der Karte wie ein Stein. Ganz maler. Wir sind überlevelt. Wir müssen, glaube ich, das nochmal... Ja. Wir sollten das Gebiet dafür überspringen. Ja. Wir sind schon. Machen wir aber nicht. Machen wir aber nicht. Das ist der nächste Brunnen. Das bringt hier alles keine EP mehr. EP bringt auch noch gut. Nee, fast überhaupt nicht. Naja, ja, okay. Nicht mehr viel, aber man kann's machen noch. Das ist jetzt mal noch hier unten gehen. Ich glaub hier ne... Hier ist... Hier ist... Hier ist nichts mehr. Und sie nicht. Okay. Wir sind jetzt erstmal zum Brunnen. Hast du nen Timer gestartet? Ja. Guter Junge. Ich vergesse das jedes Mal. Ja, ich bin halt ein bisschen geordneter in this place. Oh Gott. Ich brauch das ja auch schon bisschen länger. Und hab nie Timer benutzt. Ja, man konnte immer... 15 Minuten uploaden. Gott, mein Handy vibriert er da ins Manns. So, ich bin jetzt auch da. Nee, also... 15 Minuten später hatte ich so gut wie gar nicht. War das gut? Nee. Oh Gott, ich bin kurz. Ja, ist gut. Reisender, komm und schau dir meine Waren. Kann man auf jeden Fall machen. Nur noch einen Stärke für. Stärke, 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 Intelligenz. Stärke, Intelligenz, Stärke. Brauchst du ne 48er Rüstung? Mit was alles? Äh, 8 Schadenswiderstand, 15 Verteilungsqualität, äh, 12% Wahrscheinlichkeit geschossen auszuweichen. Ich hab ne... 54er Rüstung. Mit dem Wildfernhautboni halt. Ähm, mit 15% Wahrscheinlichkeit für... Ja, hier, da verkauf ich dir. 25.000 krieg ich dafür. Grün? Oder Gold? Grün. Ja. Wir haben ja auch noch was. So, das waren die auch... Die waren ja auch ziemlich... Also die waren ganz gut, aber halt mit diesem Eckler vom Giftzeug, dass wir ja keine haben. Ja. Angesqualität brauche ich nicht, brauche ich nur Angesqualität. Angesqualität, brauche ich nur Angesqualität. Angesqualität, brauche ich nur Angesqualität nicht. Angesqualität nicht. Nope. Nope. So. Außenpanzer haben wir jetzt schon einmal. Angesqualität, das war mein alter Ring, sondern... Schlecht. Tränke, habe ich eigentlich genug noch? Schlecht. Schlecht. Äh, wo ist hier war der Caravanh... Caravanhändler. Oh mein Gott. Schlecht. Wir haben fast zwei Giftsäcke fertig übrigens. Mhm. So, haben wir alles verkauft? Oh shit. Wie viel Geld hast du gerade? Äh, 878.000... Ich hab grad fast ne Melle. Okay. Ich, äh, leg mal die Kette an. Okay, das lohnt sich überhaupt nicht. Hören die sich? Nein, die lohnt sich auch nicht. Ich geh schon mal zurück und mach total neu auf. Mach das mal. Okay, ich hatte grad übertrieben den Lag. Ja, weil ich mich grad gepartet hab. Ja, wahrscheinlich. Wieso? Ich hab jetzt auch noch mal ein kleiner Streithammer, den Nekromantie. Der ist gar nicht schlecht, der macht 54 Schaden. Ja, und da rein, was krieg ich als nächstes? Ich glaube, als nächstes geh ich noch hier einen Punkt. Vielen Dank. Oh, ich hab, ich hab doch zwei ungenutzte Fähigkeitspunkte, merk ich grade. Ich habe... auch noch zwei. Die haben wir wahrscheinlich durch ne Quest bekommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann packe ich noch ein, ähm, wie viel brauche ich denn dafür? Weil, dann packe ich hier einen rein. Und hier einen rein. Dann mach ich das vornächst mal fertig. Und dann mach ich... Ich mach, glaub ich, mein... äh, passives Gift höher. Ich hab die Störwelle jetzt auf 13 von 12. Natürlich. Mhm. Ich mach jetzt mal einen Eindruck noch ein bisschen höher, weil mein Leben ja momentan ganz gut ist. Das wollte ich ja einmal totgeschlagen, wenn ich ja meine Klinge noch besser. Wie weit bist du mit dem Level? Ähm, Portal. Oh, schon viel weiter als euch, okay. Wer bist du? Sechs, glaub ich. Okay. Sechs oder neun? Äh, neun. Ende von neun. Ja. Ach, dann bist du gar nicht so viel weiter als euch. Ja, geht voll, also ich bin jetzt der Fall, also... Etwa Portal Mitte. Komm, wir müssen nach links, nach links, nach links, nach links. Wir müssen nach links. Ich schlag einfach alle einmal an und dann renne ich einfach weg. Kannst du die töten. Moment nochmal kurz auf, noch ein paar sind. Wir müssen nach links... Wir sind gestorben. Oh, da ist Gold. Erdner Gold bestimmt. so hier ist der nil in der fluss reinspucken was für eine nebenquest hat wer ich gerade ach das war die die ach so die wo wir die skorpion töten mussten und dadurch haben wir zwei fähigkeitspunkte aufbekommen wahrscheinlich rost schreien so dann ballen wir hier noch ein bisschen rein ok einmal an hätten reich bei den rösten nicht da muss ich ein paar mal zuschlagen ja nicht sterben ich weiß ich habe die gerade hier getötet die du nur so ein bisschen angehütet hast ich weiß ich nehme übrigens nie bogen ja wozu auch du hast ja nur jagd an die jagd hast du ja ich was natur ne ich habe natur und traum ja bringt den bogen auch eigentlich gar nicht so wichtig also es bringt ja schon was weil entfernung aber mir ist zum beispiel bringt das gar nichts es macht doch keinen spaß ich bin die kisten hier voll hässlich schon so ein bisschen man muss nie was gutes trinken Alexandria was glaubst du in welchem part du in Singleplay hier sein wirst keine ahnung der münchen Doppel zu viel aufgenommen und hoch bleiben was er warst du bei ich hab 15 Uhr gestern hoffland ja ich hab 30 gestern hoffland halte hoffland ja ich nenne nicht ich rate vielleicht hoch machst du nicht sobald wir den Party beendet haben über Handy oder wie ne übernimmt also das steigert gerade wo du aufbrauchen ja egal halbes Gehirwalt noch drauf geschissen ja da ist es weg ne ja so dringend bräuchte das jetzt nicht ach so bist du zufrieden mit deiner äh 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 leitung 360er Jahr 65 mhm das ist wie Modem ISDM ich lege mal vor früher habe ich mir nur so eine Leitung da gab es keine 50k Leitung ich hab schon vor du jetzt Dumbest jetzt playt jetzt ist so ein Monat ein paar hochgeladen ich bin hier gebrauchen wenn du das hörst ich hab mich gerade selbst behielt ich hab mal kurz Eichenherz eingemacht hab ich jetzt ja ein bisschen Leben dazu gekriegt diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden weckt schon so ein bisschen redvoll bei mir 16 FPS mein Minecraft läuft flüssiger ja Minecraft läuft von mir auch flüssieren mit Shadern so sind die Pfeil eigentlich was ja das ist ein Spiel äh in 3D äh in komplett 3D mit Shadern irgendwie papo auf relativ poor render distance schlüssiger läuft jetzt sowas hier ich bin tot ich bin tot guck dir sind nicht so deins Meister ne ich kann nicht so schnell wieder hochheilen mein... mein Zauber ist einfach nicht mehr gut genug was portal hm? was portal ja bitte ich mein die frühersten Skler... äh Dings... Skletze bitte? bitte? was bitte? ich bin grad... ich werde die ganze Zeit von diesem Scheiß viel angegriffen ich kann kein Chefportal machen bitte weil hier ist noch eine Dingsverdächtung sag mal zu deinem Grab so danke portal jetzt das Chefportal aufhören ihr sagt das doch hm hm machen ganz schnell viel Schaden aber geht schon ok hier oben ist nix mehr bis auf das eine Vieh ich bin schon lange nicht mehr so oft gestorben ich glaubte es... den Patten nicht das Sterben... äh das Leben und Sterben der Lafischi 2 ja das hattest du schon mal vor ich hab so einiges vor uns da vergesst ich es immer m ja das wenn man noch hier und sie noch so ist das ist mal hier und noch ein bisschen das wurde schon das war der unbedingt macht am besten nicht wenn wir ein Schäler drinnen da stehen der Stilber und der Geburt das Ding der Stärke muss nicht pro Stärke Lücksbringer der Stärke das bringt L Stärke so da würde ich sagen ich habe euch gefallen Leute bis zum nächsten Mal haut rein und tschau tschüss